Spieltag Nummer 6 und damit auch herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe TV-11 Nachschuss hier in der aktuellen Regionalliga Südwest-Spielzeit. Englische Woche heißt in dieser Woche hessische Woche für unsere SV Elversberg. Erst am vergangenen Samstag der Auswärtsauftritt bei Stadt Allendorf heute ist zu Gast an der Kaiserlinde der KSV Hessen-Kassel. 1 zu 1 hieß es nach 90 Minuten unentschieden hier in der Ursa Farm Arena und im Vorfeld auf die Partie am kommenden Wochenende. Im Saardörby gegen den FC Homburg hat sich Till Hust nach der Partie mit unserem Cheftrainer Horst Steffen mit den beiden Spielern Patrick Dragon und Fabian Baumgärtel unterhalten. Wir wünschen euch mit dieser neuen Folge TV-11 Nachschuss viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja Horst, Spiele gegen Hessen-Kassel sind der Tradition nach enge schwierige Spiele. Am Ende 1 zu 1 in der Ursa Farm Arena am Dienstagabend. Hat sich diese Tradition heute bewahrheitet? Ja, wenn es 1 zu 1 ausgeht und wie das Spiel gelaufen ist, muss man das anerkennen und muss man das sagen. Ja, ich sage zum großen Teil haben wir auch mit dazu beigetragen, weil wir nicht konsequent genug gespielt haben und nach dem 1 zu 0 auch dann nicht so gut verteidigt haben, nicht sauber geblieben sind. Aber wir haben auch viele Ballverluste gehabt in der Vorwärtsbewegung, wo der Gegner dann mehr Leute vorne gelassen hat. Wir dann den Gegner zu Kontern eingeladen haben über unsere Ballverluste. Da müssen wir einfach sauber kombinieren und die Konzentration hochhalten. Das haben wir nicht geschafft. Insofern fiel dann noch der Ausgleich. Das 1 zu 0 ist ja im Fußball immer ein gefährliches Ergebnis. Hast du das als Trainer auch vermutet, dass das dann vor Ende noch zehn Minuten harte Arbeit werden? Das war immer klar, dass es harte Arbeit ist. Die Mannschaft wirkte so, dass ich sage, sie findet jetzt mehr Räume, dass wir mehr Kontern können und vielleicht dann das 2 zu 0 machen. Unbedingt damit gerechnet, dass wir einen Ausgleich kriegen, habe ich nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass wir eher das 2 zu 0 machen und das sauber zum Schluss weg verteidigen. Dementsprechend habe ich natürlich die Aufmerksamkeit immer hoch gehalten und auch die Jungs animiert, weiter gut zu verteidigen. Aber das ist nicht gelungen. Was bedeutet heute das Spiel für das Spiel am Samstag dann in Homburg? Keine Ahnung. Es ist erstmal eine Enttäuschung, dass wir unentschieden gespielt haben, eine Führung hergegeben haben, die wir uns hart erarbeitet haben, wo wir eine Menge für getan haben. Das müssen wir zu Ende bringen und mit drei Punkten gegen Kassel auch das Spiel beenden. Es ist nicht gelungen. Insofern fahren wir nach Homburg und es wird ein neues Spiel geben. Das ist immer so. Jedes Spiel ist neu zu spielen und das Spiel Hessen-Kassel zählt schon nicht mehr. Ein paar Tage später müssen wir in Homburg wieder so gut auftreten, dass wir da richtig gut sind und am liebsten wieder drei Punkte mit nach Hause nehmen. Vielen Dank. Danke. Paddy 1 zu 1 gegen Kassel. Wie würdest du das Ergebnis nach dem Spielverlauf beurteilen? Ich denke, wir haben wieder einen Mordsaufwand betrieben und da ist das 1 zu 1 einfach zu wenig. Wir haben so viele Chancen gehabt in der ersten Halbzeit schon und in der zweiten Halbzeit auch und kriegen dann so einen unglücklichen Gegentreffer und belohnen uns halt für einen Riesenaufwand wieder nicht. Ich glaube, jeder auf der Tribüne hat dieses Plus an Chancen auf eurer Seite gesehen und wahrgenommen. Wie bitter war es dann, dass der Ausgleich zehn Minuten vor Ende fällt? Ja, natürlich mega bitter. Aber da müssen wir auch einfach klüger sein und uns vielleicht mal hinten reinstellen oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall müssen wir besser den Ball hinten verteidigen und dürfen so eine Druckphase des Gegners auch am Ende gar nicht mehr zulassen. Wie hast du Kassel insgesamt gesehen? Wir haben eben schon gesagt, gegen Kassel sind es immer unangenehme Gegner und unangenehme Spiele vor allem. Ja, ich denke, dass wir das Spiel über 75 Minuten gut kontrolliert haben und Kassel auch nicht wirklich viele Chancen geboten haben. Aber sie dann in den letzten 15 Minuten, glaube ich, nochmal eine kleine Druckphase hatten und die am Ende erreicht, um 1 zu 1 gegen uns zu spielen. Und das darf dann einfach nicht sein. Samstag geht es schon wieder weiter, dann beim Derby in Homburg. Homburg kennt ihr ja sogar aus dem Saarlandpokal schon. Was erwartet euch da? Ja, wir haben im Saarlandpokalfinale schon gesehen, dass Homburg eine gute Mannschaft ist und defensiv auch wirklich gut stehen kann. Und da müssen wir jetzt das Spiel hier heute abhaken und gegen Homburg weitermachen. Danke dir. Ja, Fabian, 1 zu 1 gegen Hessen Kassel. Was muss und kann die Mannschaft aus diesem Unentschieden heute mitnehmen? Erstmal eine Menge Enttäuschung nach dem Spiel, dass wir es nicht gewonnen haben. Ich denke, es war heute nicht unsere beste Leistung, aber die Leistung war immer noch gut genug, um gegen Hessen Kassel zu gewinnen. Wir haben hinten relativ wenig zugelassen. Vorne hatten wir nicht die Durchschlagskraft wie in den letzten Spielen, aber trotzdem 1 zu 0 geführt. Und es muss unser Anspruch sein, das Spiel am Ende dann auch zu gewinnen. Du hast heute das Tor für die SVU erzielt. Woran hat es gelegen, dass da vielleicht noch zwei, drei Treffer mehr gefallen sind? Es ist immer schwer zu sagen. Durchschlagskraft oder Kaltschnäuzigkeit, ich weiß es nicht. Im Endeffekt haben wir das Tor gemacht, was uns auch gut getan hat. Trotzdem haben wir das Spiel nicht gewonnen und darum geht es am Ende. Beim Gegentreffer war von oben schwer zu sehen. Was ist da genau hinten schiefgelaufen? Wie es entstanden ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass Frankie den Ball klärt, ob es faul war, vielleicht, eventuell. Danach geht alles ganz schnell. Pingpong, hier abgefälscht, da abgefälscht und am Ende ist der Ball drin und keiner weiß wie. Was erwartest du für Samstag gegen Homburg? Wieder ein neues Spiel. Es ist ein Derby. Homburg ist eine Top-Mannschaft. Wir brauchen eine Top-Leistung, um da zu gewinnen, aber es ist absolut möglich und das ist auch unser Ziel. Es war heute der sechste Spieltag der Regionalliga. Wie würdest du insgesamt so bisher die Liga bilanzieren? Ja, wie erwartet. Die Gegner haben sich auf uns eingestellt, stehen tief. Wir tun uns hier und da noch ein bisschen schwer, finden aber trotzdem genug Lösungen, um Tore zu schießen. Wir machen es im Moment noch zu wenig aus unseren Möglichkeiten, aber die Saison ist noch lang und nach sechs Spielen da jetzt schon irgendwie ein Fazit zu ziehen, das ist noch viel zu früh. Danke für deine Einschätzung. Gerne. Gerne. Ja. Vielen Dank.